So, Fakon, wieso sind sie hier? Hier war die Spastika. Oh, die Spastika. Und ich weiß auch nicht, wie das passiert ist! Nun, vielleicht weil sie behindert in ihrem Kopf sind und deswegen haben sie diese Spastika bekommen. Kann ja alles sein. Also sie können mich einweisen? Ja klar. Aber ich will nicht. Ich will sie nicht haben. Das ist doch wohl widerlich. Na-na-na? Na, willst du wohl? Können sie mal deutlicher reden? Ja, ich hab nicht mehr gesehen! Dann verschieben sie doch! St ποß dringend, ich hab Autostastika! Und ich hab einen Termin, mal lifting. Ja, weiss, okay!